Der Blutregen in Stralsund. Am 16. Junius des Jahres 1597 fiel in und bei der Stadt Stralsund über Nacht ein starker Blutregen. Man fand am anderen Morgen, besonders in etlichen Gärten vor dem Frankentore, die Bäume, Kräuter, Laub und Gras mit dicken Blutstropfen bedeckt. Und da, wo kein Gras gestanden, die Erde mit Blut besprengt und gefärbt. Auch ein Bettkissen, welches über Nacht in einem Garten liegen geblieben war, fand man voller Blutstropfen. Und als man die auswaschen wollte, zerteilten sie sich in kleine Kreuze, so aus dem Zeuge nichts herausgingen. Das Merkwürdigste aber war, dass die Fischer aus dem Grunde des Wassers Steine heraufzogen, auf denen Blutstropfen waren, die also nicht einmal von dem Wasser, daran sie gelegen, hatten können abgespült werden. Am 3. Juli desselben Jahres regnete es abermals Blut in Stralsund. Zum Glück hat man keine Bedeutung dieser schrecklichen Zeichen verspüren können.